Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wer uns schon kennt, weiß, wir holen alle zwei Wochen interessante Gesprächspartner vor unser Mikrofon, um mit Ihnen aktuelle Themen rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu besprechen und Ihnen zuzulosen. Wenn Ihr Anregungen für uns habt, meldet Euch bei uns, am besten per E-Mail an redaktion at sbb.id. Mein Name ist Bernhard Christenell, ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt und jetzt wollen wir aber hören, wen wir heute zu erlosen können. Ich habe heute einen ganz und besonders prominenten Gaststab bei mir für unseren Podcast und zwar ist das der Altlandeshauptmann Louis Thornwalder. Louis, grüß dich. Ja, möchte ich Dir einen schönen Gruß sagen, aber vor allem allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Louis, der Grund, wieso Du jetzt heute da bist, ist, dass, wenn die Sendung online geht, in drei Tagen Landtagswohlen sein. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich keinen Menschen in dem Land, der so viel Erfahrung hat in Sachen, wie man sich auf solche Wohlen vorbereitet. Du hast auch viel Erfahrung mit dem Bauernbund, Du bist ja selber Direktor gewesen da, Du weißt auch, wie eine bäuerliche Vertretung auf politischer Ebene funktioniert. Wie ist denn das früher gewesen? Wie hat das früher funktioniert? Es ist immer so gewesen, dass der Bauernbund sich dessen immer bewusst war, dass wir eigene Vertreter haben müssen innerhalb der bestehenden Parteien. Unabhängig, ob jemand jetzt diese Partei oder jene Partei wählt. Wichtig ist, dass bäuerliche Kandidaten gewählt werden. Kandidaten, die sich getrauen, die Erde, die Umwelt, die Natur noch anzugreifen, nicht gleich drüber zu reden, nicht und Spekulationen anzustellen. Man müsste, man sollte. Der Bauer ist derjenige, der täglich mit der Natur zu tun hat. Er kennt die Natur, er kennt auch die Probleme der Wirtschaft, der Landwirtschaft in diesem konkreten Fall. Und ich sage halt immer, es braucht dann Vertreter, die die Allgemeinheit sehen. Das heißt, ein Vertreter, der im Landtag sitzt, der muss das ganze Land sehen. Er muss auch drüber hinaus die Zusammenhänge, die Position unseres Landes in Europa sehen und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss er auch mithelfen, dort tägliche Probleme des Bauerns, der Bäuerinnen, der bäuerlichen Familie, des ländlichen Raumes zu sehen und auch entsprechende konkrete, durchführbare Lösungen anzubieten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Leute drinnen haben, die aus der Erfahrung reden können, die glaubhaft sein, die authentisch sein, indem man einfach klappt, weil man sieht, die kennen die Probleme. Und ich sage, die Politik darf nicht gleich ein Philosophieren über Grundwerte sein. Das auch. Jede Partei muss einen Grundwert haben, muss Grundwerte haben, muss Werte hochhalten und so weiter. Aber dabei kommt es auch noch an, dass man dann spezielle Probleme, in diesem Fall des Bauernstandes, auch kennt und dass man auch tagtägliche Probleme löst. Politik bedeutet auch die Lösung von tagtäglichen konkreten Problemen. Wenn eine bäuerliche Familie draußen irgendwelche Probleme hat, dann muss ich wissen, der versteht mich, mit dem kann ich reden, der ist auch nach Gewalten da und der bringt die Probleme in die Entscheidungsgremien. Und das ist eben wichtig. Deshalb war es wichtig, wenn die Leute auch Vertreter des eigenen Berufsstandes werden. Jetzt hat der Bauernbund das ja jetzt seit zweitemal ein bisschen anders gemacht. Früher war es so, dass der Landesbauernrat das bestimmt hat. Jetzt seit zweitemal ist es gewesen, dass die Mitglieder das bestimmt haben, wer sie da vertreten soll. Kimmt ihr ja viel, dass der Bauernbund da in der Vergangenheit und das mal ein gutes Wohl getroffen hat? Zunächst einmal ist wichtig, dass die Leute ausgewählt werden aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit. Der Bauernbund hat früher gewusst, wer sich für die bäuerlichen Belange einsetzt, aber nicht gleich 14 Tage vor die Wohlen, sondern auch die fünf Jahre der Amtsperiode. Das heißt, es braucht Leute, denen man weiß, es gehört zur eigenen Einstellung einer Person, DNA zu einer Person. Das heißt, dass das im Menschen drinnen ist, dass man irgendwie dem ländlichen Raum helfen will, dass man der Bevölkerung Toten helfen will. Diese Leute auswählen, darüber kann man reden. Früher hat es geheißen, der Bauernbund hat ja auch wieder Vertreter in den einzelnen Bezirken, in den einzelnen Gebieten und kennt die Leute. Und deswegen hat es der Landesausschuss gemacht oder entsprechende Gremien, die eben da beauftragt worden sind. Letztes Mal hat man es und auch vorletztes Mal hat man es so gemacht, dass man gesagt hat, fragen wir frisch die Mitglieder. Das heißt, die Basis. Mehr Demokratie kann man nicht anwenden, wie die Basis fragen. Sagt es, für wen fühlt ihr euch am besten vertreten? Wer wird die bäuerlichen und ländlichen Probleme am besten kennen? Und wem traut es ihr zu, dass er sich dafür einsetzen wird? Und diesmal sind halt die Leute herausgekommen, die eben von der Basis nahmhaft gemacht worden sind. Und deswegen sage ich, wenn schon die Basis sagt, das sind unsere Leute, denen vertrauen wir, von denen wissen wir, dass sie nicht nur reden, sondern auch konkrete Lösungen finden, dann glaube ich, demokratischer kann man nicht mehr sein. Und deswegen bin ich überzeugt, dass man die richtigen Leute ausfindig gemacht hat. Natürlich, Leute auf die Liste setzen, selbst zu wenig. Sondern man muss auch dahinter stehen. Sie müssen auch gewählt werden. Bei der Demokratie ist es halt auch so, dass innerhalb der Parteien diejenigen Leute halt gewählt werden, die die notwendigen Stimmen bekommen. Und deswegen ist wichtig, dass man Leute wählt, die einen allgemeinen Überblick haben, die für alle da sein, aber ganz besonders für die bäuerlichen Belange. Und ich bin überzeugt, dass die, die heute namhaft gemacht worden sind, auf die Liste der Parteien gekommen sind, dass die auch bereit sein werden, die landwirtschaftlichen Interessen und die bäuerlichen Interessen zu vertreten. Jetzt ist es in der Vergangenheit einmal so gewesen, was im Bauernbund so ausgezeichnet hat, oder auch die bäuerlichen Kandidaten ausgezeichnet hat. Man hat oft gesagt, wenn jetzt als bäuerlichen Bauernbundkandidat auf der Liste ein bisschen reichen gemeinte, wie ist das, dann kriegst du einen Haufen Stimmen, weil die Bauern stehen alle geschlossen hinter den Kandidaten. Gleich ob das jetzt der Bauer oder die Bayerin oder die Jugend oder die Senioren sein, kommt die Affäre, gibt es die Geschlossenheit Heinteilung. Es ist so, früher hat man nicht so viele Informationskanäle gehabt, wenn der Bauernbund auf Landesebene gesagt hat, das sind unsere Kandidaten, dann hat man dem geglaubt. Und es hat nicht innerhalb der nächsten halben Stunde wieder eine Menge von anderen Gremien gegeben, die eben entsprechende Informationen gegeben haben. Und heute ist leider so, dass in der nächsten halben Stunde kommt da über SMS oder da über dieses Gremium oder das andere Gremium irgendeine andere allgemeine Information, wo gesagt wird, die jetzt so, die jetzt so, weil das dem so wichtig ist und dem anderen so wichtig ist. Das heißt, es gibt heute viel mehr Anbieter. Und es ist für den Bauer immer schwieriger, für die bäuerliche Familie, wirklich zu erkennen, wer vertritt mich. Wen soll ich das Vertrauen geben? Weil einfach alle da sind und tagtäglich alle halben Minuten wieder irgendeine andere Information kommt. Aber die Bauern tun gut, wenn sie weiterhin den Bauernbund, wenn sie weiterhin den bäuerlichen Vertretern auf Ortsebene, Bezirksebene und Landesebene Vertrauen schenken und sagen, die werden schon wissen, wer für uns da ist. Und den werden wir auch wählen, weil letzten Endes müssen wir in den nächsten fünf Jahren ja eine Menge von Problemen wieder lösen. Und da brauchen wir die richtigen Leute, weil es kommt darauf an, ob die Leute, die wir wählen, ob die erstens einmal im Stand sind, unsere Probleme, die bäuerlichen Probleme im Gremium, im Landtag, in der Gesellschaft zu verteidigen, darzulegen, damit sie alle verstehen. Nicht gleich Interessen vertreten, sondern sagen, warum das Wichtige ist. Nicht gleich für die bäuerliche Familie, sondern für den gesamten ländlichen Raum, für die gesamte Bevölkerung. Und dass die auch dann vertrauen, dass man denen auch vertrauen kann, dass sie das nicht aus eigenen Interessen tun, sondern Allgemeinheit zuliebe. Und dass auch die nicht bäuerliche Bevölkerung einsieht, dass der Bauernstand auch in der heutigen Zeit noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen hat, für den ländlichen Raum, aber auch für unsere Kultur, für unser Land. Was gibt es denn so für Eigenschaften, was einen guten bäuerlichen Vertreter im Landtag deiner Wohnung noch auszeichnet? Entscheidungsfreudigkeit, Hartnäckigkeit, Fachwissen? Es muss erstens einmal so sein, dass der fleißig sein muss. Er muss die Probleme kennen und man muss, wenn man mit ihm redet, das Gefühl haben, der verstärkt mich. Und vor allem, er redet mit mir. Er muss mit mir nicht gleich vor die Wahlen reden und sagen, da gibst du mir schon die Stimme. Nein, er muss auch nachher da sein und sagen, du, jetzt haben wir das Problem im Landtag, jetzt haben wir das Problem auf politischer Ebene zu lösen oder auf der und der Ebene, was meinst du und so weiter. Oder wenn ich ein Problem habe als Bauer draußen, als Bäuerin oder als Bauernjugend, dann muss ich wissen, wenn ich mit denen hingehe, erstens einmal, er empfängt mich, er ist da und er will mit mir auf Augenhöhe eine Lösung suchen. Ich muss einfach das Gefühl haben, der steht hinter mir, der verstärkt mich. Und zwar nicht gleich vor die Wahlen, dass er mir am Haufen verspricht, sondern dass er auch nach die Wahlen interessiert ist, für mich da zu sein und meine Probleme ernst zu nehmen. Das heißt, es braucht erstens einmal, dass einer die Probleme kennt, dass er sie versteht, dass er weiß, was man darunter zu verstehen hat. Dass man Sprache reden, die, was die Leute noch verstehen, weil heute wird ja immer mit Floskeln angeschmissen, was die Leute, was sie oft, nicht einmal die verstehen, die sie gebrauchen, sondern weil das halt Mode ist. Nein, ich muss so mit dem Bauer reden können, mit dem Vertreter der bäuerlichen Welt reden können, dass die mich verstehen, aber auch nicht nur der Bauer, sondern auch alle anderen, die mit der bäuerlichen Welt zu tun haben und ich muss vor allem den Eindruck erwecken, schau, ich tue brauchbare Lösungen suchen, nicht gleich Versprechungen machen. Und ich glaube, dass das wichtiger denn je ist. Erstens einmal Kopf, dass man klare Konzepte hat. Zweitens einmal vor allem ein Herz, eine Begeisterung, den Leuten helfen zu können. Mir gibt es allen vier in der heutigen Welt, die Begeisterung, die wir früher gehabt haben, die fehlt einfach. Heute wird alles immer mit Statistik und so weiter hin und her wird bewiesen scheinbar und gemacht und es wird ein Haufen geredet. Der Mensch muss das Gefühl haben, der Mensch, der lebt für das, dem glaube ich das, der macht das mit Begeisterung, mit Herz, nicht gleich irgendwie mit Statistik, mit dem Bleistift. Weil wenn wir in der Landwirtschaft alles mit dem Bleistift rechnen wollen, dann haben wir keine Bauern mehr. Weil es einem fällt allem da etwas und dort etwas und so weiter. Ich muss das auch mit Begeisterung machen. Und drittens, es braucht vor allem auch Hände. Das heißt, wir müssen nicht gleich sagen, das müsste getan werden, das sollte getan werden, sondern das Thema, der Zusammenhalt, die Genossenschaften, die Nachbarschaften, die Vereinigungen, die bäuerlichen im ländlichen Raum. Das heißt, ein Saal ist oft einmal zu schwach, um gewisse Gewichte zu heben. Aber wenn man sich zusammen tut und mehrere zusammen bindet, dann kommt ein richtiger Saal, ein richtiger Saal aus. Und so er lebt auch die Gewichte. Und so ist er auch bereit, irgendwie Probleme weiterzubringen und Lösungen zu suchen. Das heißt, es muss wirklich Verstand, Herz und Begeisterung zusammenspielen. Dann kommt etwas Gescheites aus. Jetzt wenn man heute mit den Bauern draußen redet, nachher bin ich oft mal die Kritik, ja, die im Bözen und unten, die in allem bleiben reden, die sind gescheiter die Voraussetzungen geschaffen, damit wir normal arbeiten können. Haben die recht? Es ist natürlich immer so nicht, dass die Leute ein bisschen ungeduldig sind. Ich sage immer so, unsere Leute sind oft einmal wie die Hachlinger. Die laufen und laufen und meinen, es muss alles schnell gehen und so weiter. Ja, es soll schnell gehen. Aber auf der anderen Seite müssen sie auch ein bisschen Geduld haben. Man muss gewisse Probleme schon zuerst studieren. Und die Welt wird darüber komplizierter. Es ist die EU-Ebene da, es ist die staatliche Ebene da, es ist die Landesebene da. Und da braucht es schon zuerst überlegen, Konzepte erarbeiten und danach noch mit Begeisterung, mit Freude und mit Nachhalt durchführen. Das braucht es auf jeden Fall. Und das dauert halt oft einmal manchmal ein wenig zu lang. Und es dauert oft einmal auch lang, weil die Bürokratie ist halt da. Aber ich glaube, die Leute müssen auch überlegen, ja, auch wenn ich nichts höre, einmal ein Poto. Geht der in meine Richtung? Und von Zeit zu Zeit kann ich ja wieder einmal kontrollieren. Wenn einer das sieht, ja, es stimmt, dann hat er auch irgendwie Geduld. Aber es ist so nicht, man muss schon das Gefühl haben, dass einer nicht nur redet, sondern auch irgendwas tut. Wenn es auch ein bisschen länger dauert, weil Leute oft einmal schnell schießen, das bringt gar nichts. Sondern man muss schon überlegen und sagen, schau, vielleicht ist es besser, wenn man so tut und anders tut. Aber allem das Ziel, der Weg zum Ziel, der kann oft einmal ein bisschen anders sein. Weil jeder meint, wie komme ich da zum Ziel? Aber man muss ein Ziel haben. Man muss den Willen haben. Man muss die Ausdauer haben, die Begeisterung haben, die Überzeugung haben, dass das richtig ist und das muss gemeinsam erreichen. Wenn man das sieht, dann muss man auch nach die Wahlen da sein. Wenn man nach die Wahlen muss der Politiker für den Wähler da sein. Das heißt, er muss sagen, schau, jetzt hast du mich gewählt. Die haben dein Vertrauen gekriegt. Und jetzt wäre es, schau, deine Sorgen irgendwie auch zu lösen. Aber auch umgekehrt. Der Wähler muss für den Politiker da sein. Er muss auch später mithelfen. Weil der Politiker kann zwar Wege aufzeigen, aber er kann sich nicht alle selber begehren. Er braucht dort auch irgendeine Mannschaft. Weil ich sage immer so, ein General, der hergehört und mit Waffen und so weiter, wird davon rausgehört und große Sprüche macht. Wenn er noch zurückschaut und keine Soldaten hinter sich hat, den nimmt niemand ernst. Du musst die Soldaten hinter dir haben. Du musst eine Begeisterung schaffen. Was leider in der heutigen Zeit oft verhalten. Das heißt, die Begeisterung, die wir früher oft einmal gehabt haben. Ich kann mich erinnern, wie man mal den Mann soll planen. In den 60er, 70er Jahren und so weiter. Wie oft auch die einzelnen Probleme, wie wir die irgendwie gelöst haben. Ich weiß, die Weinwirtschaft, Kaltrassee damals, haben wir ein paar Tests gemacht. Für die Nutzungsrechte haben wir ein paar Tests gemacht und so weiter. Das heißt, es muss eine Begeisterung da sein. Man muss eine Welle irgendwie schaffen, die mitgehört. Und die Leute müssen mitgehen, müssen mit Begeisterung mitgehen. Da kann man auch irgendetwas erreichen. Es ist ja heute schon im Landtag so, dass, wenn man sich jetzt die Vertalung von der Bevölkerung umschaut, dass im Landtag drinnen eigentlich viel mehr Bauern hucken, als es in der Bevölkerung gibt. Wieso ist denn das so? Und ist das gut für uns, wenn das so ist? Nach meiner Meinung ist das sehr gut unter der Voraussetzung, dass wir Urtevertreter haben. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass erstens einmal morgen in allen Parteien oft einmal bäuerliche Vertreter drinnen sind. Wenn die da sind, dann ist es auch ganz gut, dass man mit denen auch Kontakt hat. Aber auf der anderen Seite hat man bisher immer das Gefühl gehabt, dass die in dem Fall die SVP halt immer Vertreter gehabt hat, die wirklich vom ländlichen Raum kommen und die auch schon eine längere Verbindung mit dem ländlichen Raum, mit der lenkenden Bevölkerung und so weiter haben. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass der bäuerliche Vertreter nicht nur die Interessen der Bauern und nicht nur die Interessen der bäuerlichen Bevölkerung irgendwie sehen darf, sondern die ganz besonders aber nebenher auch die Entwicklung des gesamten ländlichen Raumes. Und wenn wir heute schauen, wir haben heute in die verschiedenen Gremien im ländlichen Raum mehr Bauern wie ihnen aufgrund eben, was ich vorhin gesagt habe, der Statistik zustehen würde. Ja warum? Weil man eben sieht, dass die draußen tagtäglich arbeiten. Man sieht, wie sie tagtäglich mähen. Man sieht, wie sie tagtäglich versuchen, gesunde Nahrungsmittel zu produzieren. Man sieht, wie sie tagtäglich in den einzelnen Vereinen, Verbänden mitarbeiten, wie sie Werte des ländlichen Raumes pflegen und so weiter. Und deswegen haben sie das Vertrauen, weil oft haben wir draußen gar nicht mehr gesagt, der Oberhofer Johann, sondern irgendwie der Oberhansl. Das heißt, ich bin in Pfalzen zum Beispiel nicht Landeshauptmann oder Landeshauptmann außer Dienst, der Dr. Louis Thunwalder, ich bin der Walter Lewis. Das heißt, man sieht noch den Hof, man sieht noch irgendwie die Eingliederung auf Ortsebene in die Gesellschaft. Und deswegen haben die Bauern an und für sich auch mit ein Vertrauen von der nicht bäuerlichen Bevölkerung, weil man sieht, die nicht nur reden, sondern die Tieren das auch umsetzen. Da täglich sieht man, wie sie die Bäuche, wie sie Sitten und so weiter pflegen, wie sie in der Dorfgemeinschaft verwurzelt sein und so weiter. Wenn man auch oft nicht mit allen einverstanden ist, aber man sieht, dass sie sich für den gesamten ländlichen Raum einsetzen. Und das muss ein Anliegen der gesamten Bevölkerung sein, dass der ländliche Raum bei uns erhalten bleibt, dass er gepflegt bleibt, dass wir ihn auch wieder unseren Enkeln und Enkelinnen übergeben können. Das ist wichtig. Wir sind leider ein Glied der Geschichte. Und wir müssen die Zeit, wo wir auf der Welt sind, müssen wir unseren Beitrag leisten. Wir müssen das Glied in der gesamten Kette der Geschichte stärker machen, dass wir irgendwie auch sagen können, wir haben nicht um sich gelebt. Wir haben die Welt in unserer Zeit ein bisschen besser gemacht, wie wir sie betreten haben. Und wenn wir es sagen können, dann glaube ich, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Und das mir sägen die Leute draußen. Deswegen hat die bäuerliche Bevölkerung, ich sage ausdrücklich, die bäuerliche ländliche Bevölkerung in den verschiedenen Gremien des Landes eine größere Anzahl von Vertretern, weil diese Vertreter auch einfach mit dem ländlichen Raum verbunden sind, mit der ländlichen Kultur und auch mit der Geschichte unseres Landes. Wir sind ein Einhaltekleine Gruppe. Wir sind nicht einmal ein Prozent der italienischen Bevölkerung. Und wir haben ein kleines Gebiet. Wir müssen eine Politik für unser Gebiet machen. In Trentino, wenn einer von mir aus einen Hof aufgibt und kauft in Verona, dann hat er die gleiche Kultur auch in Verona unten, die gleiche Schule und so weiter. Wir wissen aber, wenn er Sagen in den Hof aufgibt, man kann nicht sagen, du kriegst jetzt einen Haufen Geld, da wärst schon irgendwie nach Ferrara. Nein, man kann auch seine Sprache nicht gebrauchen, hat eine andere Kultur, eine andere Umgebung und so weiter. Deswegen, wir müssen für unser Gebiet irgendwie eine Politik machen, dass die Leute sich hier wohlfühlen, hier zu Hause fühlen und dass wir das Gebiet, das wir so haben, wie man es politisch und kulturell und so weiter als höchstreicher Minderheit gegeben hat, dass man weiterhin dieses Gebiet irgendwie erhalten, pflegen und vor allem auch absichern. Letzte Frage, schwarze Frage. Jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, was die bäuerlichen Vertreter im Landtag kennen sollen und wo sie sich hinsetzen sollen. Kommen die vier, die vier, wo sie jetzt für den Bauernbund da untreten. Kommen die vier, die erfüllende Voraussetzungen? Der Bauernbund hat eine ganz gute Führung auf Landesebene, auf Bezirk- und Ortsebene und wenn sie die Leute ausgewählt haben von der Basis her, da werden sie schon wissen, wer sie sein. Man muss immer Vertrauen haben in die Leute, man muss auch Vertrauensvorschuss den Leuten schenken. Die meisten der heutigen, fast alle, der heutigen Vertreter, die sind ja schon drin gewesen. Da wähle ich nicht irgendwie die Katze im Sack, sondern ich weiß, was die eben getan haben, was die geleistet haben und oft einmal sogar für manche irgendwie, wie soll man sagen, unangenehm irgendwie aufgefallen sein. Ja, man muss auch den Mut zum unangenehm sein haben. Das heißt, wenn man von etwas überzeugt ist, ganz gleich, ob es jetzt um den Wolf gehört oder ob es darum gehört, dass wir jetzt 20 Prozent der Fläche stilllegen sollten und dass die Ausgleichszahlungen einfach nicht mehr der Zeit entsprechen oder dass vor allem gewisse Sachen etwa, was die Produktionsmethoden anbelangt und so weiter, ein bisschen praxisnah mit den Bauern abgesprochen werden sollte, die haben das auch irgendwie mit gestaltet, beziehungsweise haben sich dagegen eingesetzt und haben Lösungen aufgezeigt. Und da diejenigen, die was neu dazukommen, die werden auch das bestmögliche Tieren, weil es sind ja bäuerliche Kandidaten, die nicht unbedingt unter den Vieren drinnen sind, sondern die halt es nicht geschaffen haben, aber es sind Landtag sein, die dann auch auch für den ländlichen Raum einstehen werden. Ich persönlich muss sagen, ich kenne sie alle, wie sie da aufscheinen und ich weiß nicht, wer da über wen man irgendwie den geringsten Zweifel haben könnte. Alle, die da aufgestellt worden sind, sind ausgezeichnete Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die Werte verkörpern, Persönlichkeiten, die gezeigt haben, dass sie Kopf, Herz und Hände haben, Persönlichkeiten, denen man einfach Vertrauen schenken kann. Deswegen bin ich überzeugt, dass die richtigen Leute für den Bauanspann sind. Super. Dankeschön. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Danke dir für deine Zeit und schauen wir, wo es am Sonntag auserkennen wird. Ja, schauen wir. Ja. Wir hoffen, dass euch diese Sonderfolge unseres Podcasts gefallen hat. Mich hat es sehr gefreut, dass ich mich mit unserem Altlandeshauptmann Louis Thurnwalder über das Thema der bäuerlichen Vertretung im Landtag unterhalten durfte. Eine Kurzfassung dieser Folge ist auch die Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe, die am vergangenen Freitag erschienen ist. Was ihr am Sonntag bei den Landtagswahlen noch alles beachten müsst, liest ihr ebenfalls dort. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, trefft am Sonntag in der Wahlkabine die richtige Entscheidung und seid auch am kommenden Donnerstag wieder mit dabei, wenn wir wieder eine neue, normale Folge für euch vorbereitet haben. Wir hören uns bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Bis zum nächsten Mal.